hallo leute wir sind in der dritten folge von todeskampf so werde ich glaube ich wirklich die folgen in teil 1 teil 2 und teil 3 denn das ist wirklich nicht mehr normal was hier gerade abgeht wir haben schon wieder eine horde mittlerer die es auf uns abgesehen haben wir haben inzwischen noch immer zwei große die uns behämmern manchmal wünsche ich mir einfach den mittel hat das nicht dabei also anders kann ich schon immer bezeichnen das ist leuchtet manchmal der der himmel als silvester vor lauter feuer das ist wohl dass der große immer mit den raketen dazwischen nicht aber ohne die mittleren zu töten kristin große nicht platt sein dass du nur einen mittleren gekriegt hast ja es ist nur noch die Ja wohl, dass wir da mal aufschlussend noch hier aufschlussend sind. Fahne, ich bin zu, dass wir nicht wieder aufschlussend sind. So, der letzte Mittlere scheint hin zu sein. Habe ich den Eindruck zumindestens. Ja. Oh ja, da ist noch einer. Ja, ich bin wieder tot. Du musst immer Feuerschüsse machen, dass du besser triffst. Jetzt wird aber jetzt noch Zeit, dass ich meinen Punkt dann noch vergebe. Ach, alle. Ah ja, Komponentenschart ist richtig geil. Wo ist das denn? Ähm... Da wo der... Bei Technik. Das habe ich noch nicht. Aber ich kann ja... Warte... Ich kann den Panzerungsschaden zum Beispiel... Kann ich nochmal hochstufen. Panzerungsschaden? Hm, der ist unter Kampf. Rechte Kolumne, glaube ich, Nummer 3 oder so. Ach so, ja, das habe ich noch nicht. Oh, du läufst, Sofa. Geh doch zu Fuß. Ja, ich gehe zu Fuß. Ja, aber du brauchst doch nicht durch die zu laufen. Ja, nur so. Direkt an der Straße. Jo, besserwisserin. Wo musst du kacken? Ein... Ding ist vom Tanzen. Und vom Ton. Ich frag mich... Wer zeigt eine gelbe Zone von links oder so an? Ach so, ja. Ja, da ist so ein kleines Fisch, glaube ich. Ein Kriecher, ne? Aha. Es waren, glaube ich, 2 in dem Dorf oder so. 2 oder 3, das waren nicht viele. Kriech! Ich hab das Gefühl... Ich hab das Gefühl... Wie ist das? Nee. Also hier sind noch schon wieder 3 mittlere. Hier sind noch schon wieder 3 mittlere. 2. 2. Ja, einen hab ich auch schon wieder gekillt. Deswegen sag ich, ich hab Komponenten schon. Das ist geil. Ich hab da einmal auf die Kabel geschiebt, also, ne? Ich hab das von dir gelegt bei dem. Ich hab das von dir gelegt. Ich hab das von dir gelegt. Ich hab das von dir gelegt. Wert uns... Da... jetzt haben nur noch die fetten dinge ja das ist noch mal drei von den teilen wir haben hier zwischendurch immer wieder punkte deswegen kannst du so nicht sehen ja ich hab nichts aus der trau ja mach auch drückt aber nichts aus der trau er ist platt ich habe einen geplättet einen großen die mittleren können tot und das hat mich verflossen wenn ich auf dem mittleren war ja dafür sieht man wenigstens wie man zackig von stufe nach stufe wandert sozusagen hast du gesehen also ich weiß nicht wie viele raketen der vorher schon gefressen hat aber das war nach zwei der dritte rakete hätte ich eigentlich gar nicht mehr gebraucht also ich habe gerne zehn raketen reingetar eingeschossen ja ich glaube es ist wichtig dass man die von hinten erwischt dass man die quasi da sind die wahrscheinlich schlechter gepanzert oder so weißt du habe ich ja da sind die am stärksten verbunden oh ne ich nicht auch das war daneben mein lieber so da sind die liga macht losgehe Gut so Ist gut Ja der hat Ah Ah Hauptsache ich habe hier immer noch mein Frühstück stehen Nachlagen verdammt Er hat mich erwischt aber ich habe ihn auch erwischt Computer gib uns eine Chance sag mal Kampf beendet Da haben wir noch eine Chance Haben wir noch eine Chance Da haben wir schon zwei große weg Da haben wir schon zwei große weg Das stimmt Ich zeig dir die Spawner Da sollen die von mir sein Da muss er einer laufen Also mit dabei Ah Das hält steht auf mir Das ist tot Das ist tot Hat mich nie hochgelacht Ich bin in der Mitte Das ist tot Und hol ich jetzt Ich bin in der Mitte Gott ist es schwer er hat die drei dritten da könnte man den Druck besser aufrechterhalten ist nicht blöd das wunderschönen der lebt oder gehen getroffen seine eigenen Leute doch doch die machen eigenschaden ich habe gerade die Errungenschaft bekommen ja los doch mach doch mal was du nicht so als ob du ständig sterben könntest achso nein na los doch mit so einem Zeichen von den Roboter na los doch 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 mal ja das tust du doch mehr als genug die Roboter achso ich dachte du meinst dich selbst ich stehe Tanja ich kann dich mal nochmal schießen ich sag jetzt immer dass du schneller machst als ich ja 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 Wo ist denn der Gnose? Ah, da ist er. Das war nice, ne? Versteck mich, Hörbstein! War vorbei! Okay, das war getroffen, zugegebenermaßen. Bin tot. Ja, hin. Zwei Raketen hat er wieder. Immerhin, für jede Kampfrunde kriege ich einen Strich mehr. Ich hab gerade 400 Punkte gekauft. Das ist doch geil, das ist immer ein Strich, jede Kampfrunde. Hm, 400 ist zwei. Echt? Bei dir sind die zwei? Dauerne Punkteeinsprich. Ich glaub, der Schläge ist noch immer ein. Hm? Hat denn nicht irgendwann mein Muni aus? Hm, ich wär eigentlich logisch, ne? Also ich hab noch einen neuen Raketen. Obwohl, vielleicht ist der ja so riesig, dass er selbst in... äh, in seinem Mechanikörper war man auch immer dein Munition nachgehalten. Sehr gut. So, nochmal, küsst du mich nicht. Ach', nee. Spannende tijdens Frontier. Spannende Musiken. Ja, da kommt wieder ein Mittlerer auf den Zug an. Ich bin tot. Sie sehen mich leider auch nicht mehr, sonst könnt ihr auf mich einhaken und könnt ihr in Ruhe schießen. Die zwei Mittleren sind jetzt auf der Seite vom Berg. Puh. Oh, mein Nacken hat was voll geklagt. Aber ich habe noch sieben reingeben. Ich habe keine. Ich habe nur so rauchgeschossen. Ich glaube, du hast noch 50er Munition, die du mir geben wolltest. Ich habe doch gesagt, ich habe keine. Ach so. Genau, ich komm angelaufen, dann fiescht sie mich sofort. Ich habe doch gesagt, die Mittleren sind wieder, also sind auf der Seite. Das große. Ja, wenn die Mittleren dich sehen, weiß auch der große, wo du bist. Das ist doch logisch. Ja, die Mittleren haben mich aber nicht hier sehen. Ach so. Und wenn ich jetzt sind am Stein, dann zieht er mich nicht so laut. Ja, der trifft dich auf jeden Fall hinter und schneide mich. Na gut, hat mich gehört. Hat wieder eine Rakete. Er hat schon wieder zwei Raketen gefressen. Und wie kann ich den Weg gehen, dann küschst du mich. Ich kann mich aber nicht so sagen, wenn ich nicht so oder. Ja, die Mittleren sagen, du bist so. Ja, du bist so. Ich kann mich gerne fragen. He�너 sich gerne hier, dann schauh in Ordnung und zu wenn ich ja arbeite. Die Waiting sind auch immer genau so, das nur eine Fälle. Ja, der geht wieder auf mich drauf. Hör mal, jetzt wenigstens wüsste das, dass das die letzten zwei sind, ne? Aber ich hab wirklich auch langsam das Gefühl, die respawnen jedes Mal. Ja, weil es sind auch immer drei. Auch immer drei die gleichen. Ja, das kann ja nicht sein, dass so viele da rumblumen. Ich glaube, ich hab einen Turmbach. Weil ich würde die Schüsse so nahe, dass die direkt neben mir wären. Nein, aber dass die direkt neben mir wären. So leise auf das Halt. Da, nochmal trittst du nicht auf mir drauf. Ich bin hier nicht direkt. Gut gemacht. Ich hab den Raketenabgriff abgekriegt, nachdem ich schon bewusstlos war. Oh, du trittst nicht auf mein Schatz. Da! Ich gucke mal wieder in den nächsten, oder was? Was? Ich gucke wieder in den nächsten. Nö. Doch. Das hat voll die Zeitung gemacht. Wir wollen nicht komplett fassen. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Ja, das gebe ich dir recht. Das wirst du, Moni. Ich habe schon 2.000 Meter reingestellt. Wenn der Große noch näher kommt, ist man tut, bevor man einen Arm sagen kann. Ich werde nicht mehr sehen. Wir wollen nicht mehr sehen. Ich werde nicht mehr sehen. Ich habe mir für mich gewonnen. Ähm, wo war ich da hin? Ich geh jetzt an den Unterschlupf da bei Wasser, weil, okay, sind alle da einfach 600 Meter lang, weil das macht keinen Sinn, das macht einfach keinen Sinn. Ich bin im Kampf gescheitert. Ich bin im Kampf gescheitert. Das heißt, er hat nicht mehr viel. Aber auch nur eine Rakete, er darf auch nicht mehr viel haben. Funkel, 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 Funkel. Er ist tot. Der Groß ist tot. Na, endlich. Er ist tot. Beiß mal zu mir. Ne, ich bin wieder am üblichen Punkt gestartet. Sollst du mir reißen? Nö, nö, mach ruhig. Ich muss nur jetzt irgendwie meine Waffe wieder wechseln. Oh, okay. Guck, guck, guck. Guck, guck. Die großen sind weg, aber die mittleren nicht. Ja, das ist die Dinger. Kann man doch fahren. Ich glaub, die Dinger sind eh backy. Ja, jetzt dürfte eigentlich nix mal respawnen. Also, spät ist mir noch der nächste große. Sollte eigentlich auch der Kampf dann als beendet gelten, ne? Ich auch noch nicht, aber wir werden da jetzt feststellen. Panakti, tu ich wieder rein. Ja, ich hab jetzt auch den Scharfschutz im Niveau wieder aktiviert, weil ich ja eh keine Kugeln mehr für den Raketenwerfer hab. Ja, das sind noch mittlere, zwei Stück. Und wenn die Dinger spawnen, dann entdeck ich backy. Ich hab 100%-schintromen back. Ach. Ich hab 100%-schintromen. Ja, ich hab das mit oben. Oh Gott. Ich hab 22 freusten. Was ist es? Oh, ich hab 12 Sekunden. Ja, ich hab 100%-schintromen. Oh Gott. Ich hab keine Muni mehr, ich muss die Waffe wechseln. Ich hab die Komponenten drauf. So, kleiner hinter dir. Ich hab die Komponenten drauf. Ich hab die Komponenten drauf. Wir haben's geschafft. Oh, Mann. Der schwerste Kampf, den wir hier hatten. Er ist geschafft. Nee, ich denke, du musst die drei großen halt besiegen und dann hören die auf zu respawnen. Ach, scheiße. Ja, doch. Wer ein Foul gewesen hätte, das uns reingelassen, ne? Mann, ey. So, was habe ich denn noch? Die Automatik gewahr. Die Platzweisen. Das Sturmgewehr habe ich jetzt. Ich gucke, wie ich alles wegwerfen kann. Ich hab eben ein paar Sachen unnötig aufgenommen. Ich such die Leichen gar nicht. Oh, ich hab sie geguckt. Ähm. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Was denn? Ihr? Über mir? Über mir? Ja, ja, doch. Das seh ich. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Das Technolight 5000, sozusagen. Ich bin so irgendwo noch ein Fahrradverwund. 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 Also das hat, äh, das war anstrengend. Das hat aber auch extrem Spaß gemacht. Irgendwann hat's noch genervt. Ja, aber es war doch schön, jetzt das geschafft zu haben. Das war ja jetzt wirklich nicht grad leicht. Mhm. Ich will ja nicht wissen, wieviel ich gestorben bin. Ich will auch gar nicht wissen, wieviel Munition ich verbraucht hab, hey. Pff. So, mal gucken. Ist das deins? Ja. Ja. Kaputt. Ich will schon wieder was trampeln. Ich fahr' nur in den Vorrain, was du da aufgebrochen hast. Mhm. Funkel, Funkel kann man stehen. He. Dann fahr'n wir da unten in den Ort und dann fahr'n wir weiter zu dem, zu der nächsten Stadt. Damit tun wir wohl noch mal so ein Soundtick da. Da ist noch, äh, äh, da unten ist noch ein großer. Ach so. Äh, da hat mich aber nicht gesehen. Puh. So. Das war, kann man ruhig sagen, anstrengend. Wenn der große mich nicht mehr zittern. Dann such' sie dir ein neues Spiel. Ah, ich hab' irgendwie doch ne Rakete gefunden. Mhm. Hab' ich auch. Deswegen kannst du da auch drauf schießen. Gut so. Oh, noch ne Rakete. Immerhin. Also du hast keine 50er Munition, sagtest du, ne? Aber ich hab' noch ein paar, ein paar Dietrische. Kann ich dir geben. Doch. Ich hab' jetzt 50er Munition gekriegt. Na, mal her damit. Ich hab' für dich hier... Äh, Dietrische. Uh, 41 Stück. Hey. Ja, den großen geben Muni. Sehr geil. Ja, das ist für das schwere Scharfschützengewehr. Das ist gegen die großen auch nicht schlecht. Die Raketen sind definitiv besser, aber die wollen's ja nicht beschweren. Du hast mich umgefangen. Entschuldige, du bist so nach hinten gepackt. Ja, dann fahr doch mal einen Bogen um mich rum, Schatz. Wollte ich ja. Aber dann bist du... Wollen machen. Also ich bin da in die Ecke gefahren und dann bist du da auch in die Ecke gefahren. Hingebackt halt. Wollte grad sagen, aber ich jetzt auch nicht. Nee, da ich bin abgestiegen. Die hab' ich noch nicht gelootet. Ist alles wieder heil. Hier ist auch ein Funkel-Funkel-Kleinster. Eben ist hier eine Rakete reingeflogen. Da war es nicht mehr heil. Ähm. Ähm. Was denn? Ähm. Was denn? Das. Was das? Guck mal. Ähm. 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 Ja. Ähm. 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 Ja. Der kommt genau auf uns zu. Ähm. Du ein. Gelb. Rot. Ja, ich versuch's ja. Ich fahr leider nicht schneller. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Oh Mann. Ich hab' keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Mann. Können die nicht immer einfach tot bleiben? Oder da weg bleiben? Ja genau. Backe, backe, Kuchen spielen oder sonst irgendein lustiges Spiel. Ist der vielleicht ein lustiges Zwerg? Ja. Ich hab' auch langsam das Gefühl. Die nehmen das persönlich, glaub' ich, dass wir den Kollegen töten. Aber der ist extra von irgendwo da ganz hinten, ist der extra bis bei uns gelaufen, ey. Naja. Ich mach' nochmal die Folge Schluss. Ja, ich glaub' der wird uns nicht in Ruhe lassen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.